Hallo YouTube, Johnson hier. Herzlich Willkommen zu einer zweiten Folge von Shakes and Fidget. Äh, nicht erschrecken, dies ist, äh... Greetings! Greetings! We have a special offer for... A pleasure! Ach Gott, das ist so bescheuert. So, ich bin hier auf einem ganz besonderen Server hier auf Shakes and Fidget, nämlich, das ist der Beta-Server. Ja, und hier... Ja, hier haben sich, glaube ich, zwei gefunden. Und Handsome Jack, Joint the Guild. Ach Mensch, ey. Wirklich, der Handsome Jack. Ah, guck dir den schönen Ding an, ey. Perfekt. Äh, ja, das ist der Beta-Server. Und es geht um dieses... Abenteuer-Event. Äh, was... Eine Art... Äh, pfff... Vielfalt bringen soll mit diesem... Hello! Normalerweise ist es halt immer so, du hast deine... Drei Quests... Ja, da kannst du sie... Ja, da kannst du sie... Du siehst, wartest die ab, kannst sie skippen, am Ende kommt ein Gegner. Und kriegst, und kriegst die, je nachdem dein Loot. Äh, did you see my pipe? Das ist halt immer so. Ja, so, und jetzt haben wir, äh, sie hier. Und die gibt uns... Je nachdem. Zwei verschiedene Quests. Und wenn man... Tatsächlich zwei Quests, die ich noch nicht gehabt habe. Äh... Nehmen wir, äh... Build a Friend. Wir müssen, äh, Klaus Körperteile finden. Das kostet uns jetzt, äh, Durst für Abenteuer. Und komm jetzt dahin, ich kann drei Sachen auswählen. Vom Schlüssel ist das so, ich kann den mitnehmen. Und... Den hab ich jetzt hier in meinem kleinen Inventar. Haben hier ein... Quest Gegenstand, was uns... Den einsammeln müssen. Hier sind die Füße, okay. Hier ist der Körper. So. So. Und jetzt haben wir hier ein Koffer. Den wir nur aufmachen können, wenn wir einen Schlüssel dabei haben. Und da kann... Loot dabei sein. Hauptsächlich Gold, da wir recht noch niedriges Level haben, ist es auch recht wenig. Und nach... ...der Hälfte davon gibt's einen kleinen Boss. Nach dem klassischen Stile... Das war ganz kriminell von Ihnen. Das war ganz kriminell von Ihnen, dass er... Dass er mit 2 AP... ...überlebt hat. Was ich jetzt noch tue... ...ist folgende. Habe ich bei der gestrigen Aufnahme, die nix wurde... ...gemerkt, dass es viel zu leise, viel zu laut war. Wahrscheinlich auch jetzt. So. Jetzt müssen wir warten, bis es weiter geht. Oder... ...wir bekommen eine Treibstanduhr. Und da wir wirklich... ...immer Treibstanduhr kriegen, ist diese Wartezeit so gut wie nicht möglich. So gut wie unnötig. Warum bis... Ohohoho. So. Das hier ist auch so ein Item, was in das Inventar kommt. Und hier haben wir... Und hier haben wir ihn. Den wunderschönen Klaus. Wir kriegen 10 extra Heere. Und... Ja. Da wir jetzt dieses... ...Schild mit dem Gegner bekommen haben, gibt es einen... ...10er Boost. 10er Boost. Normalerweise sind das 3, 2 und 2. Hier sind es... ...dank dem hier... ...ist es... ...plus 10 mehr. Und das steigt dann so hoch. Ich glaube das ist dann... ...die aktuelle... ...Stärke von ihm. Und da es... ...wir... ...in der letzten Etage sind. Nächster... ...nehmen wir den Kuchen mit. Und der letzte Boss... ...ja der ist schon... ...hat mehr... ...Leben als ich sogar. Das ist ja mal seltsam... ...das... ...das... ...mehr... ...Leben hat. Ja, weil ich Stufe 10 bin. Okay. Hm... Stufe 10... ...ja... ...Nicht wild... ...das... ...Jeder... ...Beta-Server... ...macht nichts. Hm... Mensch Tim... ...Wie geht es dir denn überhaupt? Ja... ...ja ich bin im Disney Club... ...es ist ein exklusiver Club... ...und jetzt müssen wir halt wieder warten. Hm... ...aber halt die Treibzone halt... ...wirklich die ganze Zeit bekommen... ...macht es ja nichts. Außerdem ist es eh Beta... ...von dem her... ...ist es okay. So... ...das war die Klaus Challenge. Jetzt haben wir hier die... ...Revealing Lady... ...die ich... ...auch noch nicht habe. Die gibt es halt... ...immer wieder. Ich versuche mal... ...zu klein wie möglich... ...diesmal. Ich versuche... ...die wenigsten. Und... ...trotzdem noch versuche... ...die Quest zu schaffen. Das war einfach. So wenig wie möglich. Ah... ...diesmal ist er... ...lein. Diesmal ist er schwächer. Können wir auch dauernd aussuchen. Entweder... ...gold... ...oder... ...treibsanduhren. Die wir immer kriegen. Nehme ich sogar das hier. Schlüssel... ...dich... 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 ...und... ...dich. Der ist ja... ...ich... ...ich kleiner. Okay. Interessant. Und... ...die Zeit wird... ...die Zeit wird auch immer erhöht. So... ...podium... ...climber... ...nehmlich... ...gehe ich hier mal auf... ...das meiste. Ja... ...wieder plus 10... ...hat man das da kurz gesehen. Da ist es vollkommen egal... ...was ich nehme. ...ja... ...es gibt diese... ...Hürde da... ...die nehme ich mal. ...ja... ...doch... ...der ist schon etwas stärker. Du kriegst die echt hinterher geworfen... ...die Treibsanduhren. Da nehme ich das hier. Da ist es egal... ...was ich nehme... ...ich muss eins davon nehmen. Und hier haben wir das... ...Podium. Yeah... ...das Podium einmal. Oh... ...fünfziger. Ah... ...verdammt... ...mein Shop ist wieder leer. Wie stark bist du... ...was ist das? Für was sammle ich die ein? Sehr... ...gutes Ding. Halt je nachdem... ...wie gut... ...das ist. Kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein. ...und das war hauptsächlich... ...der Gesamt... ...das Gesamt... ...wir können jetzt... ...Klaus wieder machen... ...oder... ...Einhornflüsterer. Wo wir... ...die ja einsammeln müssen. Boah... ...dreiste... ...jetzt wieder... ...stärker... ...die Gegner variieren... ...aber es sind echt immer die gleichen. Von der... ...vor der Stärke variieren sie... ...aber es sind halt immer dieselben fünf. Richtig. So eine kleine Steigerung... ...wie ich das hier... ...jetzt muss ich. Von Dreck... ...wann habe ich das so genommen? Regenbogen... ...wir haben es nicht geschafft. Verdammt. Es ist mir... ...dreimal sogar passiert... ...dass das nicht geklappt hat. Wir haben wieder... ...einen... ...einen Gremlin... ...habe auch... ...gar nicht das Gefühl... ...dass... ...na... ...besser ist... ...oder nicht. Das ist so seltsam. Ok... Schwert Style. Müssen... ...die hier einsammeln. Nehme ich den Schlüssel. Das... ...ist jetzt auch neu. Und... ...wir... ...habens geschafft. Und das bei der Hälfte. Nehmen wir die Treibstand-Oren... ...und... ...das geht... ...seh... ...seh... ...ehr viel schneller. Ja... ...wird schon. Nehmen wir das hier. Ja, müssen wir jetzt... ...das sind halt immer dieselben. Nehme... ...ich glaub das... ...ich glaub das... ...ich glaub die Zahl unten hängt mit dem Loot zusammen... ...was man kriegt. Weil das ändert sich jetzt nicht wirklich. Das ist ein Beta-Server... ...das brauch ich hier doch nicht. Ja, es gibt wirklich... ...sehr viele. Hey, den Frosch hatte ich noch nicht. Den Frosch hatte ich noch nicht. Dann machen wir noch den Frosch. Acht Stück. Was? Ich bin hier rausgeflogen. Der Frosch ist nicht gut. Hehehehe. Oi. Die ist ja auch wieder da. Ja, es ist ein Beta-Server. Es ist grad... ...500 Leute drauf. Es ist... ...furchtbar. Was hab ich erwartet? Äh, ja... ...das war für eine andere Quest. Warum krieg ich die? Ähm... Ich hab das gar nicht... Doch, hab ich. Okay. Wieso jetzt? Warum ist das so stark? Jetzt hab ich dann nichts bekommen. Hab ich so einen kleinen Boost bekommen? Es ist... Es ist interessant sein. Ja, dieses System ist sehr interessant. Ich geh auf... ...neerste... Ähm... ...20 vielleicht. Ich werd versuchen mal... ...jetzt mal Just for Fun den ersten Dunst zu schaffen. Wir können ja 3.000 mal reinpilzen. Wir haben zum Start, äh... ...4.000 Pils gekriegt. Ist eigentlich... ...als ob... Das ist noch... Das ist der erste Gegner. Da hast du einfach zu... Du... So, jetzt. Come on. Ja, wenn du... Wenn's... ...zwei mal krippelt. Ja, also. Bro. Gleich den nächsten. Ne, Spaß. Ne, ne, Spaß. Ah, jetzt muss ich trinken. Es kostet 10. Würde mich jetzt interessieren... ... ... Ich will's nicht aus... Ich kann es nicht tun. Ja, das... ...wird ich mal früher überlegen müssen. Das Zanettenpapier ist... ...recht simpel. Man muss... ...drei... ...drei mal Toilette finden. Ein Klopapier finden. Zwei... ...drei... ...das completed. Und ich krieg jetzt wieder Pilze. 24 Pilze! Boy! Das... ...da werden ja alle plötzlich... ...320 Alu-Spieler. Oha! Nein, will ich nicht. Was sagen wir mal? Ach, die Luftballons. Die Luftballons sind lustig. Ich krieg plötzlich jetzt, äh... ...Gegenstände von anderen Quests. Aber ich brauch diesen Brunnen hier. Hat man ja schon gehabt. Und da sind sie. ... ...der Quests. Warum... ...kriege ich... ...Zeug. Warum krieg ich hier Zeug? krieg ich einhorn? ich krieg den einhorn jetzt habe ich zwei quests doch einmal bekommen ich glaube das zählt noch nicht das wird auch immer teurer wie ich sehe würde mich stark interessieren also wie viel ist bei normalen so ab level 500 ist auf jeden fall mal was anderes sehr sehr interessant dass es da auf den rückweg gibt. Drachenzähmen das ist was ich noch nicht so richtig verstanden habe ja moin das kann sein dass wir da den gar nicht schaffen werden weil es immer so glücksbasierend ist da ist er haben wir einen und wir haben auch das geschafft er wird ein bisschen länger werden ging nochmal plus fünf das bedeutet der stern aber ich würde sagen es ist ein guter einblick hat denke ich jetzt da alle gesehen ich bin noch nicht ich habe keinen d und slot oder ich habe level 10 gebunden zusammen aber okay brauche ich das noch? ja nee komm lass das wird nichts also ich finde diese Sache sehr interessant mal was eigenes tatsächlich ist auf jeden fall interessanter als der standard wo man mir jetzt noch nicht wirklich sicher bin ob ob dies jetzt wirklich mehr erfahrung gibt als so ein 300 alu ding zur feier des tats und zum krönenden abschluss ich wollte alle setzen noch nicht zehn stück geht das nicht es geht nicht ich kann keine ich kann kein gold setzen dann geht so dann setzen wir halt all unser gold wenn pilze nicht gehen echt scheiße